Hallo, ich hätt gern bitte zwei Brezen. Macht vier. Ja, vier was? Äpfel, Birnen, Bananen, Kirschen? Ups, verkaufen hier keins. Gammelt nur weg und zieht die Fliegen an. Ja, nee, darum geht es ja auch gar nicht. Sie müssen die Währung definieren. Sind wir hier in der Schule? Äh, ja, sind wir. Und Sie müssen doch ein Vorbild sein für die Schüler. Vorbild also? Wissen Sie eigentlich, wie lange da hinten die Schlange ist, weil Sie so lange diskutieren? Sie klauen den Kindern die Zeit zum Essen. Oh, ja, was soll's. Geben Sie mir jetzt einfach die zwei. Zwei was? Türen, Stühle, Knöpfe, Autos. Sie müssen die Bestellung noch definieren, Herr Priem. Und klauen ist unvorbildlich.